Liebe Zuschauer, liebe Kanalmitglieder, hier sehen Sie den S&P 500. Willkommen zu diesem Tagesupdate. Hier ist der Frank Schuh von Eldritch River Live. Auch hier wieder der obligatorische Hinweis an alle, die nicht Mitglied sind in diesem Kanal und das Video sehen. Dann haben Sie das zeitverzögert erhalten und wenn Sie diese ganzen Tradingchancen, die auch hier zu 100% wieder gegriffen hätten, weil diese Analysen einfach fast immer stimmen, wenn Sie das also direkt bei Erscheinen sehen wollen, damit Sie auch Ihre Handlungsentscheidungen entsprechend treffen können, dann gehen Sie auf den Kanal, klicken auf Mitglied werden. Die Tagesanalysen bekommen Sie ab der Mitgliedschaftsstufe 2. Ab der Mitgliedschaftsstufe 1 für 9,99 Euro bekommen Sie die Wochenanalysen. Hier diese Stufe 2 kostet 24,99 Euro, beinhaltet die Tagesanalysen für 12 Märkte. Plus der Wochenanalysen und die Stufe 3 für 49,99 Euro beinhaltet dann darüber hinaus noch mehr Märkte. Statt 12 gibt es halt noch eine Reihe mehr. Unter anderem die Kryptos, die Commodities, dann noch ein paar Indizes mehr. Soweit erstmal dazu. Gehen wir weiter und sehen hier die Analyse, die ich hier als letztes eingezeichnet habe, beziehungsweise hier diese Trading-Idee, die hat gegriffen, der Stopp hat gehalten und das Ganze fließt noch. Ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Das steht uns nicht weiter. Das ist jetzt in einem fortgeschrittenen Stadium. Jeder muss jetzt selber wissen, ob er auf diesen abgefahrenen Zug aufspringen will. Ich würde es jetzt nicht tun, aber jeder wie er will. Viele, wenn die merken, dass sie es verpennt haben, die wollen dann unbedingt dabei sein. Und das sind aber meistens diejenigen, die dann am Ende auch drauf zahlen. Also da muss man sehr vorsichtig mit sein, mit sowas. So, was sehen wir hier? Im 4-Stunden-Shart zumindest. Wir sind auf dem Weg in diese erste Impulshöde nach unten. Bevor das geschieht, müssen wir allerdings hier noch eine Hürde nehmen. So, und dann gehen wir mal hier lang. Ich zeichne jetzt hier auf der unteren Seite nochmal ein. Das hier ist gewesen, Moment, und zwar, das war unsere große Unterstützung unten hier. Die hat der Markt mit Bravour genommen. So, aktuell haben wir einen Kurs von 3.998. Das sind jetzt die Kurse des CFD-Brokers FXCM. Die tatsächlichen Kurse, die mögen etwas anders sein. Aber sofern wir jetzt hier bei einem Kursniveau unter 4.000 uns befinden, hat das psychologisch eine sehr, sehr große Auswirkung. Und dann könnten wir weiterfallende Kurse sehen. Darüber hinaus haben wir diese Hürde schon genommen. Diese Linie ist deswegen so wichtig gewesen, weil wir hier seit Anfang Februar drei Wochen lang nicht mehr drunter gewesen sind. Und die haben wir jetzt endgültig genommen, und zwar heute Morgen direkt. Und das außerbörsig. Jetzt ist es spannend zu sehen, ob sich das nach der Börseneröffnung weiter vollzieht oder nicht. Laut meiner Analyse ja. Aber ihr seht auch hier, natürlich kommt nochmal ein Weg nach oben. Es gibt immer in einem Trend die Unterbrechungen, die man dann Korrekturen nennt. Das sind aber dann, wie gesagt, korrektive Bewegungen. Das hier, was wir gesehen haben, ist eine impulsive Bewegung. Und wir haben seit hier oben, seitdem wir hier oben gewesen sind, immer nur tiefere Tiefs gemacht und tiefere Hochs gemacht. Das heißt, wir sind schon seit Anfang Februar auf dem Rückmarsch. Da haben aber alle noch von Bullenmarkt gesprochen. Merkt ihr was? Da hat das schon nicht mehr funktioniert. Natürlich haben wir hier nochmal von unten an der Linie, wo wir aufgesetzt haben, nochmal den Weg nach oben gemacht. Denn hier oben war ja auch eine wichtige, entscheidende Linie. Und zwar ein großer Widerstand hier. Da haben wir im Seitwärtsmarkt einfach nur Ping-Pong gespielt die ganze Zeit. So, wie geht es jetzt weiter? Das hier muss ich jetzt einfach nur ein bisschen nach rechts verschieben alles. Logischerweise. Einen Moment bitte. Damit das alles sauber aussieht. So. So geht es jetzt weiter. 3, 4, 5. Die Welle 3 und die Welle 5, damit auch die Welle 1, die können andere Ausdehnungen haben. Das ist mehr exemplarisch zu sehen. Mit einer idealen Zielvorgabe. Aber da ist eine Varianz drin enthalten. Das war es dann schon zum S&P 500. Das bringt auch nichts, wenn wir jetzt auf den Chart hier nochmal schalten. Denn da kann ich jetzt noch eine Welle einzeichnen. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Das hier ist erstmal der nächste Weg. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Der Frank Schuh von Elliot Waverleib.